Unsere Vorstellungen vom Mond sind falsch. Oh shit, man, wir gehen mies in die Mond-Recherche wieder rein, wenn ich das so sagen darf. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lerun Love Lock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Und zwar gehen wir jetzt wieder in die miese Recherche rein, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Das Video heißt, Apollo Raumfahrer emotional erschüttert. Unsere Vorstellungen vom Mond sind falsch. Oh shit, man, wir gehen mies in die Mond-Recherche wieder rein, wenn ich das so sagen darf. Und das habe ich ja auch im letzten Video erwähnt mit Erich von Däniken. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, dieses ganze NASA-Thema und so, da bin ich wirklich ein Verschwörungstheoretiker. Also tut euch keinen Zwang an, auch an alle Hater. Ihr könnt hier gerne drauf reagieren mit Aluhut und mich Verschwörungstheoretiker nennen, weil bei dem Thema Mond, NASA, Apollo und so, da bin ich, da bin ich echt sehr, 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 sehr skeptisch. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Liebe geht raus. Daumen nach oben da lassen, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und der Peter geht los. Let's go. Es gibt auf dem Mond Dinge, die unsere Wissenschaft und unser Verständnis des Universums herausfordern. Hochqualifizierte Astronauten, die für die extremsten Bedingungen des Weltraums trainiert wurden, geben emotional erschüttert zu, dass nicht alles auf dem Mond mit rationaler Wissenschaft erklärt werden kann. Wir müssen damit rechnen, dass sich insbesondere auf der dunklen Seite des Mondes Kräfte befinden, die wir nicht kontrollieren können, die aber möglicherweise uns beobachten. Ich meine, die gehen da ja schon ein bisschen weiter so. Ich persönlich bin, also stelle das überhaupt in Frage, ob wir da gewesen sind so. Na, da könnt ihr mich auch miesen schwurblern, dann ist mir egal. Ich stelle das wirklich sogar krass in Frage, ob wir wirklich da waren oder nicht. Was bedeutet das jetzt für uns alle und ist die Lage wirklich aussichtslos? Das ist alles hier, Stanley Kubrick, Bro, Hollywood. Seit den frühen Tagen der Raumfahrt haben Astronauten immer wieder von Begegnungen berichtet, NASA ist ein Taucherverein, Bruder. ... sich der Rationalen Erklärung entziehen. Ihre Berichte sind nicht nur irgendwelche technischen Aufzeichnungen, sie sind emotionale und erschütternde Statements zu Begegnungen, für die es keine Erklärung gibt. Stellt euch vor, ihr würdet als erster Mensch auf den Mond reisen und irgendetwas folgt euch. Es ist ein Licht oder vielleicht auch ein UFO, schwer zu sagen, denn sobald ihr euch umschaut oder versucht, den Verfolger zu fixieren, entzieht er sich eurem Blick. Okay. Das klingt wie Paranoia oder wie eine echte Verfolgung. Doch ganz so soll es Neil Armstrong und Buzz Aldrin ergangen sein, als sie 1969 als erste Menschen zum Mond flogen. Einige Quellen gehen sogar so weit zu behaupten, dass Neil Armstrong seinen Kommandanten auf der Erde über eine ganze Flotte von UFOs informierte, die die beiden Astronauten während ihrer Mondmission beobachteten. Seitdem gibt es viele Spekulationen darüber, was wirklich auf dem Mond vor sich geht und die Faktenlage ist wahrhaftig erschütternd. Der Lügendetektortest bewies es. Haben die einen Lügendetektortest gemacht? Nee. In der Welt der Astronautik gibt es kaum eine Geschichte, die so viel Faszination und Kontroverse auslöst, wie die angebliche Sichtung von Aliens durch den Apollo 11-Astronauten Buzz Aldrin. Die britische Boulevardzeitung Daily... Der hat selber gesagt, dass die nicht da waren. Ah, veröffentlichte. Komm. ...spflichte erst vor kurzem einen aufsehenerregenden Bericht, wonach Buzz Aldrin einen Lügendetektortest über... Heißt der nicht Aldrin? ...sichtung von UFOs bestanden habe. Die Zeitung behauptete, Aldrin habe an einem Test teilgenommen und dort über Aliens gesprochen und... Ach du Scheiße, haben die den auch gefragt, ob der überhaupt auf dem Mond war? Der Lügendetektor habe dann eindeutig bewiesen, dass Aldrin die Wahrheit sagt. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter dieser sensationellen Geschichte? Buzz Aldrin, der als zweiter Mensch nach Neil Armstrong auf dem Mond wandelte, ist bis heute eine Ikone der Raumfahrtgeschichte. Als einziger der drei Apollo-Astronauten ist er noch am Leben und mit über 90 Jahren ist er immer noch oft in den Medien präsent, gibt Interviews und beantwortet mehr als 50 Jahre nach den Missionen geduldig jede Frage von neugierigen Journalisten. Aldrin ist geistig topfit und scheint sich an jedes Detail der Mission zu erinnern, als sei es gestern gewesen. Seine Erfahrungen und Erzählungen aus der Zeit der Apollo-Missionen haben Generationen inspiriert und fasziniert und es ist nicht verwunderlich, dass jede Aussage von ihm sofort weltweite Aufmerksamkeit erregt. Insbesondere, wenn es über außerirdisches Leben oder UFO-Sichtungen geht, sind die Leute neugierig. Yasuke sagt, das Video gibt mir Flat-Earth-Vibes. Würde mich nicht wundern, wenn das am Ende deren Erklärung wird? Gar nicht. Sehe ich ganz anders als du. Das Video scheint relativ wissenschaftlich fundiert zu scheinen. Wenn das Flat-Earth-Vibes wären, dann hätte er von Anfang an gesagt, dass die Mondlandung ein Scam ist und dass die lügen. Was weiß Buzz Aldrin wirklich? Zwei Aussagen von Aldrin sind weltberühmt geworden. Einmal berichtete der Raumfahrer Veteran von einem Objekt, das Apollo 11 begleitete, dann von einem Licht. Er sagte, da draußen war etwas, das nahe genug war, um es zu beobachten. Krass. Etwas L-Förmiges. Und er sagte, auf dem Weg zum Mond beobachtete ich ein Licht, das sich neben uns bewegte. Es gab viele Erklärungen dafür, was das sein könnte. Eine Sonde eines anderen Landes oder ein Raumschiff aus einer anderen Welt. Vielleicht war es auch ein Teil unserer Rakete oder eines von vier Panels, das abgetrennt wurde. Kleine Umfrage in den Chat rein. Wer von euch glaubt, dass wir als Menschen schon auf dem Mond waren? Eins in den Chat. So, haut mal rein, Digga. Wäre ich jetzt mal gespannt. ...als wir uns von der Rakete trennten. Die vier Teile waren noch in unserer unmittelbaren Nähe und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Sonne sahen, die von einem dieser Panels reflektiert wurde. Der Artikel des Daily Star und andere Zeitungen gaben diese Aussage aber nur teilweise wieder und schon sah es so aus, als habe Aldrin behauptet, ein UFO gesehen zu haben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass diese Behauptungen konstruiert sind und selbst die Geschichte mit dem Lügendetektor war völlig aus dem Zusammenhang gerissen, denn Aldrin machte diesen Test nicht in Bezug der Echtheit seiner Aussagen zu Aliens, sondern um zu bezeugen, dass die Mondlandung echt war. Astronaut verliert Nerven. Mercedes sagt grundsätzlich alles nur Hörensagen. Wer war nicht dabei, kann es nicht beurteilen. Genau. Deswegen bezeichne ich mich bei dem Thema auch als Verschwörungstheoretiker, weil ich kann es nicht beweisen. Ich bin einfach nur misstrauisch. 2002 schlug Buzz Aldrin einen Mann, der behauptete, die Mondlandung sei nur ein Fake. Der ist auch ein bisschen crazy, der Buzz, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist schon ein bisschen... Wie in einem Artikel von History beschrieben, wurde Aldrin im Alter von 72 Jahren regelrecht gestalkt von einem Verschwörungstheoretiker namens Bart Seabrell. Von einem Verschwörungstheoretiker? Da sind wir doch da, Bro. Seabrell. Cousin, Seabrell. ...suchte Aldrin vor laufender Kamera dazu zu bringen, zu schwören, dass die Mondlandung kein Schwindel war. Aldrin, der sichtlich frustriert war von der anhaltenden Belästigung, schlug Seabrell. ...und dieser Vorfall wurde zu einem Höhepunkt ...und dem einfachen Schwinger, Digga. ...ewigen Diskussion zwischen den Zweiflern und Whistleblowern und den Astronauten der Naht. Warum aber so aggressiv? Weißt du, wie ich meine? Wenn da noch nichts dran ist, dann brauchst du doch nicht aggressiv zu werden. Schlussendlich sind es nur die Astronauten selbst, die bestätigen können, was sie wirklich gesehen haben und was sich wirklich ereignet hat. Doch diese schweigen oder sagen schlichtweg, sie wüssten nicht sicher, ob es Aliens gibt oder nicht. Das schürt Wut unter denen, die unbedingt beweisen möchten, dass sie belogen werden. 2007 kursierten erschütternde Bilder von Raumschiffen, die auf der Rückseite des Mondes gesichtet wurden. Innerhalb dieser Vehikel wurden weibliche Leichen einer unbekannten Spezies gefunden und angeblich sollen diese... ...was? ...millionen Jahre alten Raumschiffe bereits Astronauten der späten Apollo-Missionen bekannt gewesen sein. Doch sind diese Bilder wirklich echt? Werden uns absichtlich Informationen vorenthalten? Und wenn ja, wieso? Echte Aliensichtungen durch Astro... ...Chinesen waren angeblich auch auf der anderen Seite des Mondes vor einigen Jahren. ...weiß ich nicht, Digga. ...es ist längst nicht so, dass es gar keine offiziellen UFO-Sichtungen durch Astronauten gibt. Es existieren sogar eine ganze Reihe solcher Meldungen, die während verschiedener Raum-Missionen gemacht... ...Jeff Bezos und Elon Musk ermöglichen es uns. Hahaha. Ist so. ...und nicht verheimlicht wurden. Ein Umstand, der für weitere Verwirrung sorgt. Denn stimmt es, dass Astronauten wie Buzz Aldrin oder Neil Armstrong einen Maulkorb verpasst wurde, so hätten ja auch diese Informationen nicht in den Umlauf kommen dürfen. Digga, wie gesagt, ich hab von Anfang an gesagt, ich bin bei dem Thema ein mieser Verschwörungstheoretiker, hab mir einige Videos reingezogen, wo sehr dubiose Geschichten quasi gesichtet wurden, gerade bei diesen Aufnahmen auf den internationalen Raumstationen und auch auf dem Mond, so. Und dann denke ich mir so, warum sollte man diese Aufnahmen fälschen? Warum haben die die Aufnahmen teilweise irgendwo aufgenommen, was nicht der Mond ist, so. Also offensichtlich hat da Schwerkraft geherrscht und diese ganzen Sachen, so. Was mich einfach skeptisch gemacht hat und ich find's lustig seitdem zu sagen, dass wir niemals auf dem Mond waren und die NASA uns von vorne bis hinten anlügt, so. Wer weiß, Digga, vielleicht kommt in 10 Jahren raus, ey, die haben uns komplett verarscht, vielleicht kommt doch irgendwann raus, nein, das ist true. Das glaub ich dann, wenn ich selber mal mitgeflogen bin und da war dann. Und dann sag ich, ey, ich lag falsch, aber hat Spaß gemacht. Im Mai 1963 war der Astronaut Gordon Cooper einer der ersten Menschen im All. 22 Mal umkreiste er in der Mercury Atlas 9 Raumkapsel den Erdball. Dabei sah Cooper mehrmals ein sonderbar grünlich leuchtendes Objekt. Cooper berichtete der NASA davon und sprach auch mit Journalisten offen darüber. Von der NASA gab es nie eine offizielle Stellungnahme und Cooper sagte mehrfach, dass er sich vorstellen könnte, dass es ein UFO war. Sicher wüsste er das aber nicht. James McDivitt war mit der Gemini 4 im Juni 1965 Geht hier um Aliens, Mann, ich hab mir ein bisschen was anderes vorgestellt bei dem Video, sag ich dir ehrlich. Erdorbit und sah ein zylindrisches Objekt mit einem Arm oder einer Antenne, für das es keine Erklärung gab. Die NASA erklärte später, es könnte sich um eine abgetrennte Titan-2-Raketenstufe gehandelt haben. Edgar Mitchell war 1971 der sechste Mensch auf dem Mond. Er äußerte sich später in seinem Leben mehrmals öffentlich über seine Überzeugung, dass Außerirdische existieren. Komischerweise, wa? Damit diese ganzen angeblichen Leute, die auf dem Mond waren, dann schön auch dieses Bluebeam-Thema noch ein bisschen mit anschmeißen. Weißt du, wir haben da auch Aliens gesehen. Weiß nicht. Also ich kombiniere jetzt mal ein paar Verschwörungstheorien miteinander so und ich sage dir, es gibt ja dieses Project Bluebeam, wo angeblich daran gearbeitet wird, dass eine Fake-Alien-Invasion stattfindet, damit die dann quasi eine Weltregierung einführen können, die für alle Menschen gleichzeitig entscheidet und dann gibt es kein Deutschland macht so, China macht so, dann gibt es nur noch eine Regierung, die sagen, so und so läuft der Laden, dann läuft der Laden so und so. Und NASA ist ein Regierungsapparat, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und jetzt sind wir richtig tief drin in der Schwurbelei mit dreifach Lager-Aluhut auf dem Kopf. Wer weiß, ob diese ganzen NASA-Mitarbeiter da nicht auch dazu getrieben werden, irgendwelche Alien-Stories noch mit auszupacken, obwohl die niemals von der Erde weg waren, damit das schön auch noch parallel mit angeschmissen wird. So, weißt du. Erde besucht haben. Allerdings gab er keine Auskünfte über spezifische Sichtungen während seiner Mission. Von Redeverbot kann hier also keine Rede sein. Ein Amateurfunker fing 19... Mehdi sagt, wow. Ja, ich bin gerade richtig tief drin. Seit 91 den Funkspruch des Astronauten John Blaha auf, der an Bord des Space Shuttles sagte, Houston, wir haben hier... Und ey, ich will dazu sagen, das ist hier keine Sache, wo ich sage, ich bin 100% überzeugt und ich weiß ganz genau, was es geht und dass das der Fall ist und dass die das so machen und tun. Das ist reine Schwurbelei so. Das ist reine Fantasie. Das ist reine so, ich reime mir irgendwas zusammen. Weil ich war nicht auf dem Mond. Ich kenne keinen NASA-Mitarbeiter. Keine Beweise für irgendwas. Nothing. Ein Alien-Raumschiff unter Beobachtung. Franklin Musgrave war... Jungs, wieso fühlt man sich hier so wohl? Weil man hier sagen und erzählen und denken kann, was man möchte so. Ohne dafür verurteilt zu werden. Guck mal, was ich hier von mir gebe. Weißt du, wie ich meine? Man kann sich nur wohlfühlen so. Hier wird keiner verurteilt. Bruder, du kannst so sein, wie du bist. So. Be unique, Bro. Wir lieben dich trotzdem. In den 1980ern und 90er Jahren bei mehreren Space Shuttle-Flügen dabei und hat mehrfach von Objekten berichtet, die er im Weltraum gesehen hat und die er nicht identifizieren konnte. Er hat jedoch nie explizit behauptet, dass das außerirdische Raumschiffe gewesen sind. 2005 traf es den Astronauten Leroy Chiao an Bord der ISS. Chiao sah Lichter in einer seltsamen Formation fliegen, die er nicht erklären konnte. Einer sagt, höre ich zum ersten Mal. Echt? Blutbeam, meinst du? Wer von euch hat von dem Project Blutbeam schon mal gehört? Eins in den Chat. Das würde mich mal interessieren. Später wurde... Haben wir hier im Stream eigentlich auch schon öfter mal behandelt. ...behauptet, es könnten Fischerboote auf dem Ozean gewesen sein. Die Liste dieser Sichtungen könnten wir ewig weit fortsetzen, wenn wir alle UFO-Meldungen dazunehmen, die von ganz normalen Menschen auf der Erde, von Kampfpiloten oder von Piloten normaler... Miriam, wo warst du gewesen? Schwester. ...maler Passagiermaschinen gemacht wurden. Free Angle und welche, die Mädels, ist nicht am Aufpassen hier, wenn wir hier Content machen, war? Durch den Druck der Öffentlichkeit richteten... Konzentration, Mädels! ...Pentagon und die NASA Untersuchungskommissionen ein, um den authentischsten Meldungen nachzugehen. Dazu hat die US-Regierung eigens Beamte im Einsatz, die herausfinden sollen, was wirklich vor sich geht. Doch angeblich ist diese Behörde nur ein Fake und auch dafür gibt es Beweise. Der Wahrheit auf der Spur. In der heutigen, schnelllebigen Medienlandschaft ist die Verbreitung von Gerüchten und falschen Informationen ein häufiges Phänomen und es erscheint manchmal fast unmöglich, die Wahrheit von den Lügen zu trennen. Die einen behaupten, Eldon und Armstrong seien niemals auf dem Mond gewesen, doch wie können sie dann Aliens gesehen haben? Selbst Whistleblower aus den Reihen der NASA haben behauptet, Armstrongs berühmten, unterschlagenen Funkspruch gehört zu haben. Er sagte, Sir, Sie haben sich am anderen Rand des Kraters versammelt und Sie beobachten uns. Was? Diese Teile sind riesig. Ah, jo. Die Fälle der angeblichen Aliensichtungen durch Buzz Eldrin zeigen, wie ein einzelnes, unbegründetes Gerücht eine eigene Lebenskraft entwickeln und sich in unserer Wahrnehmung festsetzen kann. Doch... Die hätten doch nicht einfach nur da gestanden. Da wäre doch irgendeine Art Interaktion dann stattgefunden, oder? ...gibt auch weitere Fakten, die zeigen, dass auf dem Mond etwas ist, das wir möglicherweise fürchten müssen. Ingo Swann war ein Star unter den hellsichtigen Medien. In den 1970er Jahren richtete er seine innere Wahrnehmung auf den durchschnittlich 700 Millionen Kilometer entfernten Planeten Jupiter und sagte wissenschaftliche Details aus der Atmosphäre voraus. Swann sah Eiskristalle, erkannte die Stürme und sogar Jupiters feines Ringsystem noch bevor Sonden diese Entdeckungen machten. Einige Jahre später wurde Swann dann von FBI-Agenten gebeten, Regionen auf dem Mond zu inspizieren. Dabei sah er in einem Krater außerirdische Wesen, die Swanns Blick wahrnehmen konnten und offenbar nicht freundlich waren. Bob Lazar Und dann hat er die einfach gehen... ...war in Technik... ...wiss nicht, Bro. Ich weiß nicht. ...wiss nicht, Bro. ...wiss nicht, Bro. Komischerweise kommen gerade von überall... Wann ist denn das Video rausgehauen worden? Vor neun Tagen. Von überall auf einmal hörst du von diesen Alien-Geschichten so. Und ich bin einer, ey... Man weiß nie, ne? Ob da was dran ist oder nicht. Ich hab selber ein unbekanntes Flugobjekt gesehen und wusste nicht, wie ich das einordnen soll. Aber auf einmal werden irgendwelche Anhörungen gemacht in Amerika von irgendwelchen Ex-Militärs, die dann irgendwas über Aliens erzählen. Auf einmal überall ist das Thema Aliens und UFOs und dies und das. Das ist mir zu... Also wenn jetzt morgen keine Ahnung, irgendeiner der amerikanische Präsident oder mehrere Präsidenten der Welt zusammen irgendeine Videokonferenz machen und uns erzählen wollen, dass wir gerade von Aliens angegriffen werden oder so, dann macht das für mich alles Sinn. Weißt du, wie ich meine? So. Dann sage ich dir ehrlich, ist das zu 90% Project Blue Beam. So. 100%ig. Weil es ist einfach dann zu auffällig gewesen, wie langsam diese Propaganda angeschmissen wurde. So, weißt du? ... Technologie in der Area 51 gearbeitet hat. Er behauptet, dass die US Army dort daran arbeitet, die Rohstoffe und Technologien der abgestützten Raumschiffe für sich zu nutzen. 2023 behauptete ein ranghoher Offizier der US Army... Ich glaube eh, ganz ehrlich, wenn es Aliens gibt, wenn es hier Wesen gibt noch, also ich bin fast überzeugt davon, dass es Wesen außerhalb der Erde gibt. Und wenn es die gibt und die vielleicht weiter oder wahrscheinlich sogar weiterentwickelt sind als wir Menschen so und dann auch hierher kommen könnten, so, dann würden die nicht Kontakt mit irgendwelchen Regierungsbeamten aufnehmen, so, weil die ganz genau wissen, das sind die dümmsten Leute hier auf der Erde. Das sind die Leute, die das Leid verursachen hier auf der Erde und die Marionetten, die quasi das umsetzen, was die teuflischen Mächte auf der Erde umgesetzt haben möchten, so. Ich glaube, wenn die hierher kommen sollten, würden die Kontakt aufnehmen mit spirituellen Menschen, guten Menschen, mit gutem Herz, die versuchen, was Gutes auf der Erde zu bewegen, so, weißt du, mit denen würden die als erstes Kontakt aufnehmen, davon bin ich überzeugt. Deswegen, wenn die mir kommen mit irgendwelchen, Joe Biden erzählt jetzt, der hat jetzt hier mit Aliens geredet, die kommen jetzt und wir müssen jetzt irgendwie irgendwas tun, bro, fuck up, bro. selber. Als Ermittler einer Sondereinheit zur Klärung von Sichtungen unidentifizierbarer Flugobjekte soll David Grush mitbekommen haben, dass das Militär abgestützte Raumschiffe systematisch einsammelt, um sich die Technologie anzueignen. Grush setzte eine Anhörung vor dem US-Kongress durch, wurde von seinen Vorgesetzten aber als Lügner und depressiver Alkoholiker diffamiert. Wieso? Der ist so überall in den Medien, der Cousin. Bob Dean war einer der bekanntesten auf Was? Als Alkoholiker diffamiert? Die haben doch einen, echt? Lehrer, wenn es um Ufos und Die haben den doch in den Himmel gelobt, oder nicht? Aliens geht. Als ehemaliger Mitarbeiter der NATO wusste Dean angeblich von Kontakten der Regierung zu Außerirdischen. Was lauert wirklich auf der Rückseite des Mondes? Der Mond ist ein uraltes Gebilde. Einige Quellen vermuten, dass er das Relikt eines Zusammenstoßes Was ich auf jeden Fall weiß ist, dass der Mond krass ist. Für mich persönlich so. Ich weiß, dass wenn Vollmond ist, ich spüre some type of energy, Bruder, ist einfach unfassbar so. Und wenn ich stehe auf dem Dach und den Mond angucke, fühle ich mich immer gut. Ich fühle mich krass so. Der Mond gibt mir irgendwas ganz Spezielles so. Irgendwas, der Mond hat ja auch eine krasse Energy so. Was ich auch mal gehört habe, ist, dass zum Beispiel wenn Vollmond ist, zum Beispiel viele Frauen auch ihre Tage bekommen und so. Also, die Mond-Energy, wenn du bewusst bist, du fühlst das schon. Viele können nicht so gut pennen bei Vollmond. Es hat einen Einfluss auf die Organismen hier auf der Erde so. Weißt du? Zwischen der Erde und einem anderen frühen Planeten gewesen sein könnte. Andere Hinweise sprechen dafür, dass der Mond einst selbst ein kleiner Planet war, der durch seine Leichtigkeit Neon wird zum Werwolf. Digga, ich sag dir ehrlich, wenn Vollmond ist, Bruder, ich bin da. Energy-wise, so die ersten Male, wo ich das erlebt habe, konnte ich mit der Energie nicht umgehen. Ich konnte nicht pennen und so und es war mir too much. Mittlerweile, Bro, ich embrace das richtig. Ich genieße das richtig, wenn der Mond rauskommt. Wenn Vollmond ist, ich fühle mich anders. Ich fühle mich irgendwie energetischer. ...an die Erde gebunden wurde. Manchmal wird behauptet, dass der Mond eigentlich gar kein Planet oder ein richtiger Mond ist, sondern ein gigantisches Raumschiff sei. Tatsächlich... Oh, shit. Bruder, jetzt sind wir richtig drin, Digga. Bruder, wenn wir nicht da waren, sind wir jetzt da. ...gibt es Hinweise, dass der Mond in seinem Inneren nahezu hohl ist. Schon im Altertum wurde die abgewandte Seite des Mondes als seine dunkle Seite bezeichnet. Dabei ist sie gar nicht dunkel. Die Rückseite des Mondes durchläuft das gleiche Wechselspiel aus Licht und Abdunklung wie die Vorderseite. Doch wie kamen die Menschen dann darauf, von der dunklen Seite zu sprechen? Wir sehen immer nur eine Seite vom Mond, oder? War das nicht so? Einige Berichte erzählen schon lange von etwas Bösem, das von der Rückseite des Mondes ausginge. Später wurden dann daraus Geschichten von Alien-Basen und die Sicht des Mediums Ingo Swann scheint das zu bestätigen. In den nächsten zehn Jahren will die NASA eine permanente Station auf dem Mond bauen, doch nicht auf der Rückseite. Die ersten Mondsiedler sollen auf der uns zugewandten Seite des Mondes leben. Da zeigt mal her, ich bin mal gespannt, wann die das nächste Mal auf den... Mann, die haben vor zehn, 15, 20 Jahren, wo ich noch ein Bengel war, haben die gesagt, dass die irgendwelche Hotels da bauen wollen und irgendwelche so ermöglichen wollen, dass normale Bürger auch auf den Mond fliegen können für ein gewisses Entgelt. So wurde nie realisiert. Warum? Derzeit befinden sich nur die Forschungsrover der chinesischen Raumfahrtagentur auf der Rückseite und möglicherweise bringen diese uns die dringend erwarteten Antworten auf die Frage, was für Dinge dort wirklich vor sich geht. Chinesischen... Ich sag, die waren nicht da, ist mir scheißegal. Bis dann. Da bleib ich stur erstmal. Korrekt, Alter. Aber cooles Video, ich hab ein bisschen was anderes erwartet, aber war nicht schlecht so. Konnte man sich reinziehen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken zum Gesagten unten in die Kommentare rein. Ihr könnt mich auch gerne miesen Verschwörungsschwurbler nennen, so. Hab ich kein Problem mit, weil bei dem Thema bin ich auch einer. Mit Herz. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Bis dahin.